hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier auf der mvp der mecklenburg-vorpommern 2019 heute mit dem lenny den roman den sebastian den dennis den floden michael und dem lukas so der geneigte zuschauer hat gemerkt ich habe einfach mal nicht begrüßt und konnte nicht das falsche sagen so guten namen mit der wie auch immer kann das auch einfach umgehen und ihr seht ich sitze in was anderem ich mache mir mache mal ein bisschen mais den wir jetzt mal festgestellt haben der meistpreis ist verdammt geil macht heute mal ein profi kein gelächter ich danke ich weiß ich fahr vor dir ja sehen wir am horizont das rote den roten profi und ich bin der gelbe profi hier ist der grüne profi marienkäfer ja gut lukas verkaufst du den meist direkt dann gleich wurden ich glaube es war bei agrabes aber gucken wir noch mal nach noch länger unterwegs das ist dann so aber für den preis lohnt sich jetzt nicht ins silo zu kippen und nachher für für knapp die hälfte zu verkaufen dann nehmen wir doch ein lkw 2000 mei ist auch nicht aus also wenn wir gleich durchgestochen haben dann dann sollte es ja auch besser funktionieren wie gesagt der der preis ist halt echt gut die haben eine hohe nachfrage der preis ist halt unbedingt brüder im geiste warum habe ich mich hier eingelassen warum mal fahren aber bitte auch mit mit hundegang und sonne der der flo berichtet nachher ob du das gemacht hast lenni macht den hundegang raus hier gar nichts ohne mein altos sage ich nichts nennen du bist doch ein alter flugmeister das müsste doch pure entspannung für dich sein so links rechte hundegang und so was hundegang ist warum weiß nicht mag ich aber nicht aber er macht es ihr gewöhnt euch schon aneinander ich bin mir da sicher war weiter dennis ja tue ich doch wie weiter nach vorne kann ja sowieso kein abtanken weiß ich gebe da vorne aber auch ordentlich gas ne trotz im bahn komme ich echt nicht an ihn ran sind wir gleich einmal rum ja ok die eine waren noch hoch zur insel und runter und wieder zurück und wir fahren dann hier vor gewände um die insel und ich war nach unten kann ich nicht folgen was soll ich machen er ist jetzt rum und fährt zurück bis zur insel jawohl und dann zweimal links und dreimal rechts ich will ja kein kein druck auf aber lukas du müsstest jetzt ungefähr so langsam angekommen sind abgeladen haben ich mache ja stroh hoch und dann komme ich mit dem lkw gut dann werden wir voll laufen auf jeden fall ich habe noch eine kurve dann bin ich da aber nicht bei uns oder ne ne bei agravis ok warum sehe ich denn ich habe jetzt ein bisschen anderen winkel glaube ich als du ich bin bei 324 grad ok stell ich das schon mal ein ja also ansonsten sagt mir welchen winkel du hattest ich habe es überhaupt keinen ich bin einfach mal losgefahren ah ok sah gerade nämlich bei mir besser aus als es tatsächlich dann war gestehe es aber macht das sinn wo wir hier durchstechen ne nicht wirklich keine ahnung such dir einfach einen winkel den du haben willst ich passe mich gleich an ja wir tanken gleich ab und und suche stechen nochmal woanders durch ich würde weiter in der mitte durchstechen dass das hier ist spaßbefreit ne das ich wollte eigentlich einen anderen winkel ich wollte nur hier oben mit stück und dann wollte ich eigentlich eindrehen das ganze das war halt quer runter können das macht mehr sinn aber ich mache den jetzt hier einfach voll weil ja da kann er da rein schießen und dann kann man bei winkel können wir machen ja 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 99 prozent aber da passt jetzt nur noch paar liter rein am besten unter mein rohr da kann er in einem ab beide abladen hatte ich vor mein hase ich bin ja begeistert ich erst weißt du was ich sogar für ein held bin ich mache sogar das schneidwerk zu damit er durchfahren kann ja super ja und jetzt gucke ich auf der karte wo er ist sich nur früh genug den anker werfen immer im händler euch sehen kommen ja ich auch hier unten auf feld 14 mit fleißig gearbeitet die jungs sind hier auch fleißig dabei läuft wir haben auch echt mittlerweile wieder gut geld ne also kredit haben wir noch 700.000 soll ich mal kredit zurückzahlen gut der kann zwangern gar nicht von dir gewohnt ja man kann ja auch mal ne komm ich gehe mal auf 500.000 kredit runter so gebe ich noch 100.000 mehr kredit aus lass das mal also ich habe jetzt noch mal geguckt die erwartete menge die wir unterkriegen sind ungefähr 1,5 millionen liter ja von den mais los ja das werden 750.000 oder hm wenn der preis zu bleibt ja ja ist doch gut nehmen wir doch gerne mit wenn ihr hier mit dem hundegang so ein vorgewende um so eine insel fährst da wird ihr schlecht bei ne ja das ist ein bisschen schwierig im vorgewende nutzt er auch keinen hundegang du vielleicht nicht du lukas nutzt dafür dass das das feld der nachbarn um auszuholen muss das muss warum war das jetzt so wenig einnahmen ernte ist der preis gesunken für die rüben nein der war nicht ganz voll ich hatte nur 38.000 titel irgendwas drin da ah ok hätte ich den mf noch davor dann hätte ich glaube ich erst jetzt abgekippt oder sowas möchtest du vorfahren ufo ja würde ich den kurs vorgeben dann passe ich mir die an wie gesagt ich würde jetzt einfach den kurs von eben weiter nutzen noch ein stückchen reinfahren ich muss mal auf der karte gucken und tatsächlich jetzt am ende gleich eindrehen 315 hast du dort 324 ist der kurs aktuell aber wenn wir eindrehen sage ich dir gleich die die neue prozent fahr doch gerade die letzten 100 meter da bis zum ende durch sicher ja es sind ja 100 meter da nur noch ja dann fahr ich hier kurz durch so ich fahr jetzt oben weiter ne komm wir fahren noch einmal drumrum und dann müssen wir zwei rechnerisch beide runter dass wir A zusammen bleiben und B die bahn gerade bleibt wettert hier mathematik am frühen späten nachmittag wie auch immer nachsitzen heißt er aha nennest du kannst eigentlich warten bis wir wieder bergabfahren uff im rundegang hat er nicht mehr so einen krassen einlenkwinkel ne gefühlt gar keine also bodenverdichtung vermeiden oder möglichst viele rüben platt fahren also mit hundegang geht beides du hast deinen anhänger verloren ich wollte auch grad sagen denn es sieht so einsam aus michael ich fahr dir ein stück entgegen gerade das ist klar ich bleib dann höhere anhänger stehen können wir beide aber grad leer machen das was wir an boden schonen haben fährt er jetzt platt ne ja irgendeiner muss das ja machen wenn ihr es schon nicht macht da stimmt bestimmt mit they see me rollin they're hatin ne in tats ist ich trau mich nicht mehr ich höre schon wieder läuten ja da haben wir mal einen richtigen profi der hier angekommen ist ja das wenden in drei zügen ne ist der leer ja und dennis ich glaube nicht zuerst lenny kann es noch während der fahrten ne ist er nicht ne 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 Jaja deswegen ja gut ich nehmts zurück ein richtiger profi hätte kein Saatgut dabei ey jetzt hab ich ja zeit zum auslernen doch ey bleib mit dem arsch weg frau riva da welchen lachst du jetzt? 238,5 ich streif hier gleich so ein bisschen die Insel kann dann aber halt so ein bisschen durchfahren wird unten nochmal zurück quasi schießen, sodass wir so ein paar Fahrlinien hier reinbekommen mal gucken, ob es eine gute Idee war also ich muss ja gerade einmal noch vorbei, Lukas der Hundegang und Wenden ist überhaupt nicht möglich vom Wenden macht man den Hundegang ja auch aus oh, Uwe ist im Loch verschwunden was? ach so es sieht schön mit sich aus, wenn diese zwei Ropa versuchen hier zu wenden wie zwei Regenwürmer, die nicht wissen, wo es hingeht wie zwei dicke, fette Raupen wir reden aber über den Ropa, nicht über die die Insassen, ja? naja sowohl als auch oder? du weißt doch, man muss sich den Schuh anziehen und so du lässt eine Bahn ausflogen das ist optische Täuschung es wird plattgewalzt das ist Kunst Michael, fährst du einmal eine Runde? was? fährst du da einmal um die Insel in eine Runde? kann ich machen, ja echt? und du stichst dann nach links drüben raus Richtung Straße ich würde hier unten durchstechen, wenn ich unten an die Insel ankomme würde ich Richtung Straße stechen also ich habe jetzt Roman zugeteilt bekommen oder wie? ja, Roma macht einen Überladerwagen sehr gut warte ich ziehe um die Insel ich komme zu euch beiden ja alles wird gut willst du hin? du fährst rückwärts ich habe es gemerkt es ist so ekelhaft, bis der die Munde lang die Bahn gefunden hat geht sich das aus bis dahin? äh, ich hoffe es man wird mal sehen ja ich schneide so schnell dir Feuer ein Stückchen frei dass wir abtanken können das ist kein Problem ich habe ja erst 74% also es ist schön zu sehen wer wer ist, ne? ja, ja Flo ist dreckig, Lenny ist sauber oh ich verstehe egal warum eigentlich? mein Schneidwerk ist auch dreckig aber Europa wird nicht dreckig ja, meiner hat ja auch 3,5 Stunden drauf und deiner so 0,7 fast deswegen hat der Uwe sich ja auch den Gleasen geschnappt nein, ich habe mir den Gleasen geschnappt weil ich kein GPS mitgeleast habe das klingt eher so als Ausrede bei dir, ich weiß nicht, warum nö, ach Achtung, Roman ich schneide ein Stückchen frei fahre ein Stück rück ich habe einfach ein paar Kosten gespart weißt du oh, hier gar nicht ähnlich ja, ich weiß ging sich doch nicht auf, Roman aber er zählt es keinem ich habe nichts gesehen sehr gut noch 3 Jahre am Rüben ernten was hat denn eine potenzielle Menge, die da runterkommen könnte? eine mehrjährige Frucht, ne, Rübe? ne, es dauert mehrere Jahre, sie runterzufallen so nicht erkennen es sind drüben, die sind 100 Jahre musst du aussteigen ja, das reicht aber auch nicht weil da muss das Kraut entfernt sein aber ich kann am Ende der Bahn für dich extra mal das Schneidwerk hochheben und auf diesen halben Quadratmetern gucken du musst, was jetzt noch runterkommt er zeigt dir dann nur noch an, was noch runterkommt ja, und auch nur von dem, was geschlägt und nur das, was geschlägelt ist, ne? ja, genau also wird er dir genau das anzeigen, was unter deinem Schneidwerk runter ja, aber das kann Flo ja hochrechnen aber das hören wir uns beim nächsten Mal an wie Flo sich das hochrechnet heute sind wir schon wieder am Ende vielen helfen es zu schon wenn es euch gefallen hat Flo, jetzt hast du eine Aufgabe das kennen wir doch noch oben da schreibt in die Kommentare, ob Flo das machen soll wir hören ihm einfach nicht zu ich rede einfach weiter das ist gar kein Problem bis zum nächsten Mal ciao, ciao ciao ciao